Wir alle haben unsere Geschichten. Kleine, grosse, lustige, traurige, leichte und auch schwere. Über das Leben, über Fragen, über Realitäten. Ich bin der Meinung, wir sollten die Geschichten wieder mehr miteinander teilen. Mal unentschlossen, mal ganz entschieden. Vor einem Jahr habe ich mich entschieden, mich intensiver mit meinen Geschichten auseinanderzusetzen. Und eine von diesen Geschichten fängt mit einem kleinen roten Drachen an. Ab und zu dreht der Wind diesen Drachen mit. Jetzt möchte ich die Geschichte mit euch teilen. Über die Musik. Denn Musik spricht eine universelle Sprache für die unterschiedlichsten Realitäten. Hey Max, ich hoffe dir geht's gut und ich habe nicht allzu viele Sonnencreme im Gesicht. Ich hatte richtig Freude an den vier Demo-Tracks, die du schon mal geschickt hast. Sie sind richtig schön rausgekommen. Und ich bin mega gespannt, dass sonst noch alles auf die Säte kommt. Als du mir erzählt hast, dass du ein Album machen möchtest, habe ich mich einfach mega gefreut. Und ich hatte auch sofort das Bild von dir vor Augen, wie du früher mit deinem Gesang und deiner Gitarre den ganzen Campingplatz unterhalten hast. Das fassbare Resultat, das Debütalbum Red Little Paper Kite. Das unfassbare Resultat, Versöhnung, Liebe, Dankbarkeit und ganz viel Vertrauen. Aber Drachen fliegen halt nur mit dem Wind. Und so fliegt der Drache auch nur dank der Unterstützung von ganz vielen lieben Menschen. Es sind dann genau die Menschen, die dem Projekt Aufwind geben. In Form von Kompositionen, Fotografie, Grafik, Text, Korrekturlesen, ehrlichen Rückmeldungen, ihrer Zeitverständnis und ganz viel Liebe Tag in Tag aus. Mit diesem Crowdfunding wirst du Teil von diesem Wind und unterstützt uns, die Geschichte in die Welt rauszutragen, damit dieser kleine Rotrache steigen kann und die Geschichte der Welt erzählen darf. Merci vielmals. Alles Gute für den Release. Hebrew C Tony Rocher Und für's Crowdfunding! Bye! Bye!